Wo willst du hin? Und ist dieser Weg vorher bestimmt? Macht dein Ziel überhaupt irgendeinen Sinn? Tauscht man es aus, kleine Änderung im Lebenslauf? Bleibt der Unterschied am Ende nicht gering? Wer willst du sein? Wie gut passt du in dieses Bild hinein? Denkst du vielleicht ein bisschen zu klein? Vielleicht auch zu groß, aber was macht das schon? Manchmal fällt einem halt nichts Besseres ein. Und ich frag mich selbst, muss man diese Fragen wirklich stellen? Es kommt doch sowieso immer anders, als man denkt. Warum sind wir hier? Klar kann man das jetzt gründlich diskutieren, aber jede neue Antwort wirft in mir. Nur weitere Fragen auf, hört man auf Kopf oder Bauch? Das ist ein Zufall, was hier gerade so passiert. Voran glaubst du? Und lässt du den Gedanken zu? An sich selbst zu glauben sei genug. Der eine denkt drüber nach, der andere lebt in dem Tag, aber keiner weiß genau, was wir hier tun. Und ich frag mich selbst, muss man diese Fragen wirklich stellen? Es kommt doch sowieso immer anders, als man denkt. Immer anders, als man denkt. Ich mein, klar sollten wir immer weiter Fragen stellen, doch am Tag, an dem du dir sicher bist, was die Antwort ist. Es wird klar, wir marschieren immer nur auf derselben Stelle, was mag wohl passieren. Wenn man es einfach lässt, wenn man es einfach lässt. Wenn man es einfach lässt. Wenn man es einfach lässt. Einfach irgendwie macht, hat doch noch immer gut geklappt. Wer nicht fragt, bleibt dumm, haben sie gesagt. Und das glaube ich auch, fragt mir ein Loch in den Bauch. Ich hab mir Antworten genug ausgedacht.